Warum sollte man bei mir einschalten? Also das ist eigentlich eine Frage, die ihr nicht mir stellen solltet, sondern den Leuten, die das regelmäßig tun. Nun, ich kann mal ein bisschen Bezug darauf nehmen, was mein Ziel mit dem Stream ist. Das ist, denke ich, die bessere Frage. Also mein Ziel mit dem Stream ist, ein angenehmes Umfeld für Leute zu schaffen, die fernab von Rage Kids, übertrieben häufig angewendeter Jugendsprache, halt in einem vernünftigen Umfeld mit vernünftiger Musik, also aus meiner Sicht vernünftigem Umfeld und vernünftiger Musik, eine entspannte Zeit verbringen wollen. Was ich zum Beispiel überhaupt nicht dulde in meinem Stream sind Ausraster, sowohl im Team, welches mit mir zockt, als auch im Chat selber. Ich habe da eine sehr, sehr dünne Haut, was das betrifft. Ich banne sehr schnell und Leute, die mich kennen, die wissen, dass ein Bann niemals wieder zurückgezogen wird. Also es ist da so eine Lifetime-Distition, muss ich sagen, also eine Entscheidung für immer, ob man sich bei mir benimmt oder nicht. Und das hat sehr, sehr schnell die unangenehmen Zuschauer von den äußerst angenehmen Zuschauern getrennt. Die Spreu vom Weizen sozusagen. Und das ist mir halt auch wichtig. Ich möchte eine vernünftige, erwachsene, teils lustige, sarkastische, auch ironische Atmosphäre bei mir im Stream schaffen, was alles in einem vertretbaren Maße ist. So, und da sehe ich mich. Ich sehe mich auch nicht als absoluter Über-Gamer oder Pro-Gamer oder besonders talentiert an. Was ich aber, denke ich, ganz gut hinbekomme, ist, die Leute zu unterhalten. Also, mit anderen Worten, die Unterhaltung sowohl mit dem Chat als auch die Unterhaltung in Form von Entertainment steht bei mir letztlich an erster Stelle. Wenn du es schaffst, als Streamer eine angenehme Situation in deinem Stream zu schaffen, wenn du es schaffst, Leute emotional auch ein Stück weit an dich zu binden und an die Situation, die du versuchst zu schaffen, dann kommen die Leute gerne zu dir. Dann sind die bereit, mit dir Zeit zu verbringen. Und das ist eigentlich das höchste Gut, was man haben kann. Die Leute, die sich wohlfühlen und immer wieder kommen. Ob das 10 sind, 15 oder 100, das ist vollkommen egal. Du hast Leute da, die wegen dir da sind, nicht weil du einen 360-Grad-Turn-Headshot hinkriegst in einem Ballerspiel. Ne, die sollen kommen, die sollen da sein, weil sie gerne Zeit mit dir verbringen. Das ist wie so eine, wie kann man das vergleichen? Du feierst eine Party und hast die 10 richtigen Leute dabei. Hast richtig gute Stimmung. Eine Party, die wird unvergesslich. Hast du aber 100 Leute da, die zum Teil rumstänkern, Ärger machen, denkst du, irgendwann hoffentlich ist die Party bald vorbei. Und in so einer Situation will ich in meinen Stream ja nie kommen. Deshalb filter ich da sehr gut und um auf die Frage zurückzukommen, warum man bei mir einschalten soll oder einschalten könnte, ist meiner Meinung nach die einzige Aussage, hier kannst du dich wohlfühlen, hier kannst du dich als Zuschauer am Chat aktiv beteiligen, hier ist jemand, der darauf achtet, was du schreibst, im positiven wie im negativen Sinne. Und du kannst eine angenehme Zeit mit dem nicht unbedingt schlechtesten Gameplay sehen. Und das ist so mein Credo, was ich von Anfang an eigentlich verfolge. Und es ist mir halt wichtig, das auch zu transportieren. Aber letztlich diese Frage, primär bei mir falsch eigentlich, wollte sie aber trotzdem beantworten, so gut es geht. Fragt meine Zuschauer, fragt meine Leute, die regelmäßig da sind, warum sie denn da sind. Ich denke, ich habe das zusammengefasst, eigentlich ganz gut erklärt oder zumindest versucht zu vermitteln, was meine Intention ist und warum ich denke, dass die Leute gerne bei mir sind. Letztlich, wie gesagt, muss diese Frage jemand anders beantworten. Vielen Dank.